Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 So, fertig ist mein Superflieger. Wie weit er wohl kommt? Wow! Ja, nicht schlecht, Florina. Jetzt ist meiner dran. Guckt mal hier, mit echten Turboflügeln. Super! Ja, genau soweit. Das schafft mein Flugzeug auch. Äh... Toll, oder? Oh! Ein Looping! Und sogar am weitesten. Toller Flieger, Kalito! Sieh mal, die Wolke sieht aus wie ein Bär. Ja, stimmt. Und guck mal, da fliegt ein Wolkenball. Dann kann der Bär ja mit dem Ball spielen. Das gibt's doch nicht. Oh, hast du das gesehen? Das ist ja toll. Oh! Hä? Hä? Das ist ja ein richtiger Ball. Hallo, Leute! Super Schuss, oder? Spielt ihr mit? Ja, na klar! Und los! Muppidu! Muppidu! Lecker! Haha. Na bitte, ist doch kein Problem. So ist es viel leichter. Muppidu. Bin in Startposition. Flugzeug bereit zum Abflug. Auf die Plätze, fertig und los. Oh, oh, wow. Ui, ui, ui. Haha. Hey, gar nicht schlecht. So, hier noch ein paar von den Kleinen und die Großen in den Kreis. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, wie schön. Muppidu, es hat geklappt. Toll. Los geht's. Oh, 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 oh. Togolino. Uh, uh. Pass auf. Warte, ich helfe dir. Tada. Bravo, Togolino, bravo. Drei Äpfel und dann diesen hier zieht Kalito. Ja, so könnte es klappen. Okay, los geht's. Oh, lecker. Äpfel. Hab, niam, niam, hab, niam, hab, niam. Ähm. Los und jetzt dran ziehen. Ja, tja. Muppidu, es hat funktioniert. Hi, hi. Ein richtig guter Blumengießautomat. Es ist viel zu windig für unser Kartenhaus. Warte mal, ich hab da was. Monty, das ist ja ein Superkleber. So, fertig. Hui, der klebt aber richtig gut. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir reiten aus. Los, komm, Monty. Juhu. Ja, haha, und los. Kalt, warm, wärmer, wärmer, noch wärmer, heiß. Hä? Hä, wieder kälter? Hä? Hey, hier geblieben. Schnapp ihn dir, Togolino. Hab dich. Togolino hat den Ball, gibt ihn ab. Der Ball kommt zurück und er übernimmt wieder. Und Schuss. Der Ball ist immer noch im Spiel. Togolino bereitet den nächsten Schuss vor. Und eins, zwei, los. Ja, direkt in. Ah, ins Gewächshaus. Oh, 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 oh. Hab ihn. Ja, er hat den Ball gehalten. Ein Wahnsinnsspiel. So, ganz vorsichtig. Erst einer, dann zwei. Der ist schön. Dann nehmen wir noch den. Hier ist noch ein schöner. So, jetzt haben wir genug Äpfel. Hey, Kalito. Du hast ja den ganzen Korb leer gefuttert. Wieder voll. Genau, Muppidu. Heute werde ich einen riesigen Fisch angeln. Oh, ich hab was. Eine Taucherflosse. Nicht schlecht. Wow. Ups. Ui, hier ist noch eine. Au. Helft mich, ich hab was ganz Schwere. Okay. Hu, hu. Tada. Muppidu. Ein riesengroßer Monty-Fisch. Ach, lass mich doch gucken. Bitte. Ach, du musst schon stillhalten. Ich heiz aber nicht mehr aus. Ach, Menno, Togolino. Wieso denn? Ist doch toll geworden. Guck mal, Florina. Daumenkino. Oh, stimmt. So, wir brauchen noch eine Girlande. Komm, Kalito. Wir zeigen dir, wie es geht. In jede Ecke wird ein Muster geschnitten. Oh ja, ich mach mit. Ups. Oh. Oh, jetzt ist die Girlande kaputt. Warte, ich hab eine Idee. Aha. Einmal hier schneiden. So, dann hier entlang. Das Ganze einmal glatt ziehen und falten. So. Tada. Oh, ein Dinosaurier. Ja. Oh, ein Dinosaurier. Oh, ein Dinosaurier. Oh, ein Dinosaurier. Ach, du warst das. Wo bleibt ein Zobolino? Da. Ich liebe Erdbeer. Erdbeermarmelade. So, so, fertig. Toll, das mache ich auch. Guck mal, das bin ich. Willst du mitschaukeln? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Hey. Hm, ah. Tada. Mh, lecker. Bäh. Der ist wohl faul. Ah, ich weiß was. Und fertig. Fertig. Oh. Was ist das? Ah. Hey, Zobolino. Komm, hier. Und hopp. Super, Monty. Hui, hui. Huh. Du bist ja ein verrücktes Huhn. So, so, so. Und fertig. Okay. Und hopp. Mupidu. So, danke. Jetzt den und den grünen. Und fett. Achtung, es geht los. Mupidu. Ups. Ich bin zu schwer. Und jetzt? Ah, danke. Danke. Was kitzelt denn da? Ach, du warst das. Und hopp. Oh. Super, Monty. Danke. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Tada. So. Und fertig ist die Hühnerschau. Hallo. Da bin ich. Hallo, Zobolino. Was malst du da, Florina? Ein Haus. Hm. Ich will auch malen. Oh nein. Oh, Entschuldigung. Ah, ich weiß was. Wow. Ein Schmetterling. Schönes Kuchen. Oh, noch ein Schmetterling. Gib mal her. Jetzt sehen beide gleich aus. Hallo. Da bin ich. Hallo, Zobolino. Hm. Da muss noch mehr Spülmittel rein. Sehr gut. Und los. Wow. Cool. Die schnapp ich mir. Hm? Boah. Eine Togolino-Blase. Gleich hab ich dich. Hüp. Hüp. Und hüp. Da, 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 da. Hallo. Da bin ich. Hallo, Zobolino. Hey. Bravo. Oh, boah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hey, guter Sprung. Moopedoo. Warte, Tomolino! Kalito? Ja, zack, zack und zack! Oh nein! Und zack! Hallo! Da bin ich! Hallo, Tomolino! Und los! Tada! Tada! Hey, guck mal, was die Hühner da machen! Einen Turm, wie wir! Wo ist Kalito? Ah, da! Hallo! Hallo! Da bin ich! Hallo, Tomolino! Wann bist du endlich fertig? Gleich! Oh nein! Nein, nicht in den Teig! Gut gemacht, Kalito! Ich wasche die Kirsche für den Kuchen! Ich fülle den Teig ein! Und fertig! Hm? Ich hab sie alle aufgegessen! Dann nehmen wir eben was anderes! Die Rosinen da oben? Genau! Und helf! Hey, super, Tomolino! Hm, der sieht so lecker aus! Kalito, erst wenn Florina da ist! Nur mal schnuppern! Gesundheit! Ah! Zwei Monster! Da bist du ja endlich! Keinen Schritt weiter! Aber ich bin es doch! Togolino! Oh! Das Geheimwort! Äh... Mupidu? Richtig! Hm! Lecker! Ihr seht echt muselig aus! Hm, das war lecker! Guck mal! Ein Gesicht! Was wird das? Ah, ein Auto! Ein Schaf! Nein! Hm? Immer noch nicht? Das bin ich! Togolino! Genau! Warte! Da fehlt noch was! Was denn? Hallo! Da bin ich! Hallo, Togolino! Oh! Das ist die letzte! Ich oder du? Äh... Wir zählen aus! Eins und zwei! Ich und du! Mäh und muu! Mupidu! Für dich! Hä? Aha! Hey Kalito! Hä? Diese Erdbeere gehört Florina! Äh... Ah! Mupidu! Muu! Hm! Na gut! Hau rein! Muu! Bereits? Gib mir ein Wow! Wow! Muuu! Gibt mir ein Mäh! Muuu! Muuu! Gib mir ein Muuu! 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 Wow! Muuu! Muuu! Hast du Lust, noch mehr coole Videos zu sehen? Dann tippe jetzt ein Video an. Viel Spaß und bis gleich. Dein Togolino.